drauf ein aufs taktische. Was für ein taktisches? Sondern ich suche mir irgendwas aus was einfach nur schnell ist. Oh ist das wieder so über den Dächer hier so packt? Ja das ist wieder so eins über Dächer. Ja okay dann muss ich wieder was dann muss ich meine Taktik doch wieder umändern okay? Ich schau mal. Ja das wird schon. Glaub an dich nicht. Nicht 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 nicht. Sehr schön. Am besten ist wirklich dieses Cross-Teil. So viel Auswahl hat man eh nicht. Nö deshalb. Mal schauen. Macht bestimmt Spaß jetzt. Ich sag jetzt das macht Spaß. Fertig raus. Ja macht immer Spaß. Ja komm. Scheiße. Ach jetzt verstehe ich das erst. Oh mein Gott. Jetzt ich ich traf. Ah ich dachte wir müssen da drüber springen. Nein. Nein. Du musst das schon ne? Das Level oder? Ja klar. Aber ich kann das selbst nicht so gut. Ich bin glaub ich beim ersten Mal erster geworden aber auch nur mit Glück weil die anderen sich so doof angestellt haben. Hä? Wie macht man das denn bitte? Du musst fünf drücken dass du hoch kannst. Also halt fünf bei deinem bei der anderen komischen Tastatur oder wie man die auch immer nennt. vom Block. Genau. Wollte ich grad sagen. Ey man. Warum falle ich immer wieder so hoch auf? Kann sowas nicht. Sowas verliere ich einfach immer. Ja warum 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 wenn ich runterfalle? Manchmal stirbt man da. Ja aber ganz ganz schnell ey. Und dann wo muss ich jetzt lang? Aufs Dach hier? Jo. Ey ich bin immer noch beim ersten ne? Echt jetzt? Ja ich kann das nicht. Ich kann sowas nicht. Also. Falsche Richtung willst du mich verarschen. Hä? Da war gestorben der Wichser. Ich komm hier nicht auf dem hoch. Ich bin tot. Ich bin immer noch beim ersten. Ich fahr auf die erste Rampe und krieg das dann nicht mehr hin. Ah das ist doch. Schwul. Ganz ehrlich. Wo muss ich jetzt lang? Darunter? Hä? Hä? Das ist bei mir doch buggy alter. Das kann doch nicht sein. Pfff. Nein! Oh Gott. Scheiße wie zu weit gespielt. Ich bin auf dem Container oben drauf. Ich bin auf dem Container unten drauf. Sehr schön. Ich glaub dem ist das. Wird auf jeden Fall noch lustiger. Och schon zum zweiten Mal da unten geplumpst ey. Wow. Boah. Zu doll. Zu doll. Kacke die Wand an ey. Alter Vater da musst du. Also das ist nicht übelst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich find das so doof. Oh. Versteht man denn einfach wenn man da hoch fährt ganz normal. Ja ist mir auch ein paar Mal schon passiert. Dann find ich ein bisschen scheiße irgendwie. Das stimmt. Ja ich weiß auch nicht woran das liegt. Einfach es wurde extra so gemacht. Oder keine Ahnung. Hatte einfach Spaß da dran. Muss ich jetzt lang? Was jetzt über Steine? Ist ja geil. Weil ich bin komplett hinten am Arsch der Wild. Und tot. Wie viele Runden gibt es eigentlich? Eine nur? Eine das ist Punkt zu Punkt. Hoffentlich. Weißt du damit kriegst du mich einfach nicht. Das macht mir einfach keinen Spaß. Was? Muss ich nochmal von da anfangen? Hä? Ja sicher. Du bist doch ein kleiner Gnome ey. Ich? Nein. Der Typ den ich hier spiele den Charakter. Du hast den erstellt ne? Ja und? Kann ich doch nennen wie ich möchte. Leidest du denn deinen Charakter dann? Nein. Hast du schon mal gespielt Bööje? Einmal. Ein einziges Mal. Nein 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 nein. Ey Jamie. Ich muss mir neu runterladen mal. Neue Sachen. Wild ich machen? Oh 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 oh.... Hahaha. Gott Scotts. Ne. Das gibt's doch nicht. Gute nach Wonderland. Wen schaust du jetzt zu, Biri? Äh, Yasui. Ah, okay. Willst du gar nicht? Nö. Ingmar. Ich schau dir ja zu Ingmar. Hä? Was sind das denn hier für Steine? Ja genau, da war ich auch gerade, da musst du einfach rüber. Einfach mit 5, also halt ne. Das ist ziemlich einfach eigentlich, aber danach wird es ein bisschen trickiger. Aber ich fand aber das Luftdingens, wo wir ganz in der Luft waren, einfacher. Das stimmt, in der Luft, das war wirklich einfach. Das war einfacher, muss ich sagen. Ja, fand ich auf jeden Fall auch. Aber trotzdem, muss ich sagen, ist ne Abwechslung. Ich find sowas ja immer sowieso ne Abwechslung. Warum will der jetzt hier nicht hoch? Alter, bin ich schlecht. Boah, hab ich weggeflogen. Hier komm ich nicht hoch, Will. Äh, gerade. Genau, und jetzt 5. Also, nach hinten. Leicht 5. Ja, du musst 5 schon drücken. Vorsichtig, genau. Ja, Yasui gilt das gleiche, wenn er da ist. Und jetzt muss ich einfach nur noch. Da hoch. Hä? Da hoch? Ja. Hä? Sag mir falsche Richtung. Ja, das ist. Gut. Ja, das ist nicht jedermanns Sache, glaub ich, diese Rennen. Nee, nee, ist auch nicht. Aber manche Leute machen die keinen Spaß. Manche Leute. Aber jetzt halt ein bisschen mal ab. Wie gesagt, du musst Feinhandling ein bisschen haben. Komm. Wie das ausschaut. Einfach nur rauf. Nee, muss einfach gerade drauf zu. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Einfach gerade mit Schwung und dann, genau. Sehr schön. Ja, super. Hat Spaß gemacht als letztes Rennen jetzt. Coole Sache. Passt genau in die Zeit rein. Sehr schön. 3086. Doch, doch. Immerhin ein bisschen was gilt, ne? Ein bisschen was. Ein bisschen was. Coole Sache. So klatsch ich auch immer. Sehr schön. Mir hat's gefallen. Ja. Aber mal einen Daumen hoch. Oh, jetzt ist mein Game abgekackt. Was soll das? Passt ja. Das passt doch. Das ist das. Und das ist alles richtig. Ja, doch. Fand ich okay. Ja, beim nächsten Mal müssen wir mal wieder gucken, dass wir dann halt wieder mit den anderen auch zusammen zocken und so. Ja. Dann vielleicht mal irgendwie... Wie gesagt, ein Haste würde ich mal gerne machen. Haste kann man aber nur zu viert machen. Ja. Oh, dann mit anderen noch. Ja, man kann immer mit einem random zocken. Das ist nicht so schlimm. Oder halt, wie gesagt, Niklas war doch beim letzten Mal. Ja, nur, wenn wir dann alle sind, dann wären's Mordi, ich, du, Yasui wahrscheinlich. Äh, Cosmo. Das sind schon wieder... Ja, wir müssen halt irgendwie mal gucken. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gucken wir. Ach, weißt du, bauen wir eine Mauer und sperren Mordi ein. Genau. Der bleibt weg. Der braucht nicht mitmachen. Nein. Wenn er zugucken sollte oder das mal sehen sollte, tut mir leid. Sehr gut. Du weißt ja, was für eine Stufe ist der eigentlich schon? Der ist, glaube ich, schon 66. Oder so. Unnormal, oder? Ne, der bleibt ja auch Zeit. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön an Yasui schon wieder, dass du da warst. Ist ja immer cool. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss.